Die Föstalbine Böhle Aerospace GmbH & Co. KG ist führender Zulieferer und Entwicklungspartner der Luftfahrtindustrie. Unsere Kernkompetenz ist die Herstellung von hoch beanspruchbaren, sicherheitskritischen Schmiedeteilen aus Titanlegierungen, hochlegierten Stählen und Nickelbasislegierungen. Als weltweit tätiges Unternehmen finden sich unsere Bauteile in allen namhaften Flugzeugprogrammen wieder und garantieren Millionen von Fluggästen tagtäglich eine sichere Reise. Wir bieten engagierten und technikbegeisterten Interessentinnen und Interessenten spannende Tätigkeiten in einem dynamischen Arbeitsumfeld und einer zukunftsreichen Branche. Biggeräusch